Liebe Kundinnen und Kunden, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, hätten Sie erwartet, dass die Inflation im 2021 so stark ansteigt? Und welche Erwartungen haben Sie an die Zukunft, wenn Sie an die Finanzmärkte denken? Genau diese Frage werde ich Thomas Heller, unserem Chief Investment Officer, stellen und auch, wie es mit der Klimadebatte weitergeht. Mein Name ist Lorenz Keller, ich leite den Geschäftsbericht Private Banking bei der Schweizer Kantonalbank. Thomas, bevor wir uns über den Konjunkturausblick unterhalten, schauen wir doch nochmal auf das 2021 zurück. Aus meiner Sicht ist 2021 ein gutes, wenn nicht sogar ein sehr gutes Anlagejahr gewesen. Teilst du die Einschätzung? Ja, absolut. 2021 war ein sehr gutes Jahr gewesen. Einerseits ist die Konjunktur sehr gut gelaufen. Auf Hochtouren kann man sagen, aus der Rezession heraus von 2020. Es ist gegen Ende Jahr ein bisschen Stocken geraten, aber konjunkturell sicher ein guter Jahrgang. Und wir hatten positive Aktienmärkte, wie man es nicht hätte erwarten können. Wir sind 20 bis 30 Prozent im Plus, je nach Markt. Und vor allem auch sehr stabil gewesen. Wir hatten nur ganz kurze Einbrüche, es ist mehr oder weniger kontinuierlich bergauf gegangen. Gegen Ende Jahr ist auch der Aktienmarkt-Entpusten ein bisschen ausgegangen. Wir haben ein paar spezielle Ereignisse und Entwicklungen gesehen, aber insgesamt sicher ein sehr guter Jahrgang. Du sprichst von speziellen Ereignissen und Entwicklungen. Was meinst du damit? Also ich habe erwähnt, die Konjunktur war am Schluss ein bisschen belastet gewesen. Sie ist ein bisschen Stocken geraten aufgrund von Faktoren, die man sich vielleicht ursprünglich nicht hätte vorstellen können, wenn man aus einer Rezession herauskommt. Dass wir Lieferengpässe, Energieknappheit, Arbeitskräftemangel haben. Das hat die Konjunktur eingebremst und ist sicher eine spezielle Situation gewesen. Ganz speziell und fast ein bisschen widersprüchlich fand ich, dass genau dann, wo die Inflation in den USA deutlich angezogen hat, die Zinsen in den USA wieder zurückgekommen sind. Das ist irgendwo ein bisschen ein Widerspruch, also auch eine spezielle Entwicklung. Und über den stärkeren Inflationsanstieg gab es auch eine Wende in der Geldpolitik, vor allem in den USA, aber auch in Grossbritannien oder in Kanada. Die Wende in der Geldpolitik ist dann plötzlich sehr schnell gekommen. Die konjunkturelle Entwicklung ist ein bisschen Stocken geraten. Wie siehst du den wirtschaftlichen Ausblick für dieses Jahr? Ja, es ist ein bisschen Stocken geraten, wegen den Bremsklötzen, wie ich es nenne, die ich vorhin erwähnt habe. Ich glaube, die Bremsklötze, die Lieferengpässe, das wird sich über die Zeit entspannen. Und das hilft der Konjunktur. Und auf der anderen Seite, die Nachfrage ist immer noch gut. Auch die private Konsumnachfrage ist gut. Der Arbeitsmarkt, der sich weiter verbessert. Die Sparquote, die stark angestiegen ist, insbesondere in Europa, die sich wieder zurückbilden wird. Wir haben auch staatliche Impulse, die die Konjunktur werden stützen, in den USA, in Europa, aber auch in China. Ich glaube, 2022 wird das Wachstum tiefer ausfallen, aber insgesamt sind die Perspektiven immer noch intakt. Ein oder sogar das grosse Thema ist die Inflation, die in den USA bis 7% ist, der höchste Wert seit 40 Jahren. Was seit Längerem debattiert wird, ist die Frage, ob die Inflation gekommen ist, um zu bleiben, oder ob sie noch vorübergehend ist. Zu welchem Lager zählst du dich? Ja, zuerst einmal muss man schon festhalten, die Inflation ist stärker gestiegen, als man das ursprünglich erwartet hat. Vielleicht auch hartnäckiger geblieben, als man das ursprünglich erwartet hat. Aber sie ist immer noch sehr stark geprägt von gewissen Basiseffekten, von gewissen Sondereffekten. Die werden irgendwann auslaufen, vermutlich in dem ersten Quartal dieses Jahres. Also die Inflation wird zurückkommen, die wird sich zurückbilden. Insofern gehöre ich eher ins Lager von übergehend. Ich gehe aber nicht davon aus, dass wir gerade wieder aufs Niveau von vor der Corona-Krise kommen, wo wir in den USA um die 2% oder darunter gewesen sind, in Europa sogar noch tiefer. Wir werden leicht erhöht bleiben, aber nicht auf diesen Niveaus von heute. Was bedeutet die erhöhte Inflation für uns Sparer und Anleger? Also wir haben immer noch ein Tiefzinsumfeld, ein Negativzinsumfeld, und wir haben die erhöhte Inflation. Das heisst, wer einfach das Geld auf dem Sparkonto hat, erleitet real einen Verlust. Und das ist zwar nicht neu, aber aktuell ist es gerade sehr ausgeprägt, eben mit der Inflation, die ansteigt. Das heisst, einen realen Wertzuwachs kann man nur erzielen über Anlagen. Das heisst, man muss auch bereit sein, ein gewisses Risiko in Kauf zu nehmen, um nicht auf einen realen Wertverlust zu erleiten, auf sein Portfolio. Was heisst das für Zinsen? Werden die Notenbanken eine restriktivere Politik einschlagen und werden die langfristigen Zinsen steigen? Die Wende in der Geldpolitik hat, ich habe es erwähnt, angefangen, insbesondere in den USA, aber auch, ich habe es auch schon gesagt, in Grossbritannien oder in Kanada. Wir rechnen das Jahr schon mit drei bis vier Zinsschritten von der US-Notenbank, von der Federal Reserve. Das war bis vor vier, fünf Monaten eigentlich noch undenkbar, also da hat sich schon einiges zu tun. Also die Wende in der Geldpolitik, die ist im Prinzip bereits eingeleitet. Allerdings da bei uns, in Europa, in der Schweiz, die EZB, die Schweizerische Nationalbank, rechne ich nicht damit, dass die Zinserhöhung kommt. Die langfristigen Zinsen, die sind jetzt schon deutlich angestiegen in den letzten paar Wochen. Das ist auch wieder sehr, sehr schnell gegangen. Ich gehe davon aus, dass wir per Saldo bis Ende ja noch ein bisschen höhere Zinsen werden sehen. Allerdings haben wir einen grossen Teil von diesem Weg bereits zurückgelegt. Das Tiefzinsumfeld wird sich nicht verabschieden. Kann das zu einer Belastung für die Aktienmärkte werden? Ja, wir haben es jetzt ja eigentlich Anfang Jahr schon gesehen. Die Märkte sind ein bisschen durchgeschüttelt worden. Und das ist eine der Ursachen. Es war sicher der Zinsanstieg, der in sehr kurzer Zeit doch recht ausgeprägt ausgefallen ist. Auch befürchtigen, dass die Notenbanken noch mehr Liquidität werden am Markt entziehen. Das lastet auf den Aktienkurs. Also dass da der Support von der Geldpolitik künftig wird fehlen. Die politischen Unsicherheiten, die wir gegenwärtig haben, helfen natürlich auch nicht. Und das alles ist getroffen auf hohe Bewertungen. Darum die Korrektur, die wir jetzt in den ersten zwei, drei Wochen vom Jahr gesehen haben. Aber sonst muss ich sagen, ist das Umfeld eigentlich nach wie vor intakt. Wir haben gute Unternehmensergebnisse. Wir haben eine Konjunktur, die wieder Fahrt aufnimmt. Wir haben Zinsen, die trotzdem am Anstieg tief sind und tief werden bleiben. Von dem her, wenn sich das Umfeld sonst nicht verändert, bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir nicht in eine längere, anhaltende Bässe werden kommen, sondern dass es eine gewisse Erholung wird geben im Verlauf des Jahres. Seit einigen Jahren läuft die Klimadebatte. Was heisst das für die Märkte generell und für uns Anleger im Speziellen? Gut, generell kann man sagen, künftig wird klimaschädliches Verhalten wird bestraft, klimafreundliches Verhalten wird belohnt. Das ist allerdings eher, ich sage jetzt, ein langfristiger Trend, ein struktureller Trend, der auf den Markt einwirkt. Aber bereits heute, das machen wir auch schon in der Aktienanalyse für uns, wie ist ein Titel einzelner Sektor, einzelne Aktien betroffen von dieser Klimadebatte? Was heisst eine neue Gesetzgebung im Zusammenhang mit dem Klimaschutz für einen einzelnen Titel? Aber kurzfristig und auf einen Einzeltitel oder auf einen einzelnen Sektor bezogen, kann das natürlich überlagert werden von anderen Faktoren. Insofern muss man da ein bisschen aufpassen. Ein gutes Beispiel ist der Energiesektor, der aktuell auch gerade profitiert vom hohen Ölkurs, aber wahrscheinlich mittel- und langfristig negativ betroffen ist von der Klimadebatte. Unser Basisszenario Anfangsjahr hat gelautet, tieferes aber intaktes Wirtschaftswachstum, erhöhte aber rückläufige Inflation, steigende Zinsen aber nach wie vor auf tiefem Niveau und positive Aktienmärkte. Nach den jüngsten Marktturbulenzen gilt das Szenario immer noch und auf was müssen Anleger aktuell zu uns schauen. Ja, ich würde sagen, im Grundsatz gilt das immer noch, auch wenn wir eine recht turbulente Startphase von diesem Jahr gehabt haben. Was heisst das für den Anleger? Wie wir Ruhe bewahren? Die Korrektur ist jetzt passiert. Da kann man jetzt nichts mehr machen. Die Prozent sind für den Moment weg. Für den Anleger gilt es diversifiziert, investiert bleiben. So positioniert sind, dass man eben so eine Phase nach durchstehen kann, dass man nicht nervös wird. Also Ruhe bewahren, investiert bleiben, das ist eigentlich der wichtigste Tipp, den ich da mit auf den Weg geben kann. Du hast als CIO von der Schweizer Kantonalbank unser Anlagengeschäft über die letzten Jahre massgeblich geprägt. Was kannst du uns vor deinem Abschied mit auf den Weg geben? Ja, ich würde das gerne zwei Teile beantworten, also aus Anlegersicht. Oder wenn man Radiomoderatoren, bevor sie die Werbung geht, sagen zusammen Stay tuned. Also bleiben Sie dabei, hören Sie weiter zu. Das kann man umminzen irgendwo aufs Anlegen. Stay invested. Ich habe es gerade vorhin schon erwähnt, ich würde investiert bleiben. Es ist immer der richtige Zeitpunkt, um zu investieren. Und dabei aber irgendwo demütig bleiben. Der Markt ist eine sehr, sehr starke Kraft. Also nie das Gefühl, man weiß es ganz sicher. Demütig bleiben, diversifiziert, am eigenen Risikoprofil entsprechend anlegen. Der zweite Teil hat einen persönlichen Bezug. Ich finde, ich habe ein acht sehr spannende und tolle Jahr gehabt bei der Schweizer Kantonalbank. Das hat sehr viel Spass gemacht. Ich finde, die Kunden sind weiterhin gut aufgehoben bei der Schweizer Kantonalbank. Ich gehe mit einem weinenden Auge, aber das andere Auge freut sich auch auf die neue Herausforderung. Herzlichen Dank, Thomas, für die sehr geschätzte Zusammenarbeit und vor allem viel Erfolg am neuen Ort. Besten Dank auch für deine Ausführungen und Einschätzungen zu den Finanzmärkten. Als Anleger nehme ich mit, dass es vor allem auch in turbulenter Marktsituationen wichtig ist, seiner Anlagestrategie treu zu bleiben. Ihnen, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich ganz herzlich für ihr Interesse an unseren Market News. Wir unterstützen Sie sehr gerne bei Ihren Anlagefragen und Entscheidungen. Im Namen von der Schweizer Kantonalbank wünsche ich Ihnen ein gutes Anlagejahr 2022. Bis zum nächsten Mal.